Vollbildmodus bitte, solltet ihr es auch gleich wieder sehen. So, ja, jetzt sieht man das Spiel nicht, jetzt sieht man das Spiel nicht. Wo ist es denn, da ist es, jetzt sieht man es. Seid ihr überhaupt noch da? Ich refresh mal eben, ich glaube ich werde da sowieso geradeaus leben geboxt. Leben geboxt. Ja, so, dann kann ich ja weitermachen. Ja komm, entspann dich mal mein Freund. Ja, wie soll ich dich denn? Bin ich mir auch noch recht unschlüssig drüber. Wenn ich dich überhaupt verletzen soll. Ja, da war ich zu langsam. Der kann mich mal im Arsch legen. Ich geh mir erstmal meine Lebenspunkte wiederholen. Das interessiert mich gerade in Scheißdreck. Dann soll er mich halt verfolgen. Alter Schwierigkeiten. Alter Schwierigkeiten. Ja, hauptsache hier steht nicht nur einer. Ja, wenn man dann schon mal so weit ist, ne? Dann sollte man auch... Ja. 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 Ach guck mal an. Da stalkt er mich. Bis hier hin. Klasse. Wann kann ich dich denn mal treffen? Ne. Ah! Mein Gott. Jetzt schieß ich ihn doch mal aus dem Leben. Ja. Oh Gott. Oh ne, die sind jetzt alle wieder da, ne? Oh. Ich dreh am Teller. Das ist doch nicht mehr feierlich. Sind alle wieder da. Die kleinen Schluchten-Scheißer, ja. Sind alle wieder da. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Also das einzige, was ich jetzt noch mache, ist mir eben die letzten Punkte holen. Oh, kannst du mal mit deinen scheiß Brandpfeilen aufhören, Freundchen? Ja. So viel dann dazu. Schade Schokolade. Alter, willst du mich verkacken? Ja. Da brenne ich wieder. Super. So, und gucken wir mal, ob das jetzt schon... Ha! So. Kling. Nächste Waffe. Ja. Ja. Ja, die will ich. Alter. Ha, 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 ha. Guck mal, Dave. Das ist eine Axt für dich. Jetzt geht er los. So, wollen wir die mal ausprobieren? Eben einmal kurz gucken. Ach, ich habe nicht gespeichert, ne? Das ist ein Robin jetzt weg. Er schreibt gar nichts mehr. Zu klein. Du hast auch immer was zu meckern, ne? Zu klein. Laber nicht. Zählt nicht so ein Scheiß. Alter. Boah, wie der... Der riecht mich so auf. Ja, komm. Komm her. Du kriegst jetzt meine Axt. Ja. Das ist doch mal eine Axt. Das ist mein Kaliber. Wunderbar. Komm her. Nächster. Long, so aussehen. Ha, 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 ha. Alter Schwede. So auseinandergefräst. Komm her. An dir testen wir das dann auch gleich nochmal. Du magst das bestimmt auch nicht. Ah. 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 Mit der Axt. Mit der Axt. So, bei dir bin ich mal gespannt. Klong. Klatsch. So von der Seite. Also, ich finde die genau richtig. Komm her. Ehrlich backstab ich jetzt. Oder auch nicht. Klatsch. Nehm. Was hast du denn fallen gelassen? Versiegelte Rune. Klein. So, ich würde ja eigentlich gerne das Viechte auslassen, ne? Ach, ich glaube fast das kann ich nicht. Tja. Nochmal. Willst du mich jetzt verarschen? Ach, komm schon. Hey! Das sind aber Wirkungstreffer. Oh oh. Ich dachte, das wäre der Feuer atem. Krass. Das Ding ist richtig gut. Schick, schick. Na komm her. Gute Nacht. Ach ne, da unten kommen ja wieder die mordsgroßen Viecher. Aber ich muss mir meine Lebenstränke wiederholen. Habt ihr vielleicht Lust, mir alle einmal einen Kapper in den Chat zu schreiben? Damit ich weiß, dass ihr noch alle wach seid. Nicht, dass ich gleich plötzlich viel zu laut spreche und irgendjemanden von euch wecke. So, Charakterentwicklung. Und eine Erfahrung. 2451. Also ich finde das mit den... Dave macht eine Ego-Party heute. Macht nix. Ah komm, die Axt ist gut. Die Axt ist gut. Jetzt bräuchte der nur eine fettere Rüstung anstatt ein Kleid. Huch. Entschuldigung. Obwohl die im Moment ja immer noch den meisten Schutz bietet von allen. Und jetzt kommt gleich wieder dieses Kack-Riesenviech. Erstmal kommt der Lüttel, ne? Aber den bockse ich ja glaube ich so aus dem Leben. Ja, da ist einer von denen. Genau, komm mal her. Alter, die Axt ist aber echt... Mein lieber Herr Gesangsverein. Jetzt muss ich nur noch den komischen Spinner da aus dem Latschen klauen. Dreh dich doch mal um. Kann ich auch da durch? So, gucken wir mal eben. Was ist denn da drin? Hier? Rüstung. Leere Flasche. Trank. Was heißt, ich kann... Ach! Okay, Tränke kann man auch finden. Was ist das denn? Gier. Die Gier ist ein mächtiges Gefühl, das nur einen kurzen Augenblick lang aufflammt. Diejenigen, die sich davon Hilfe versprechen, müssen sich der Folgen gewahr sein. Öff. Ja. Wahrscheinlich tötet mich jetzt alles mit einem Hit. Ja, flüchte doch. Feigling. Kommt der wieder? Ich glaube nicht, ne? Ja. Der Sack. Der lockt mich da mit Absicht hinten hin. Ja, du mich auch mal. Du Arschloch. Ne. Heute nicht. Nö. Ja, genau. Weißt du, das sind zum Beispiel Sachen... Ja, komm. Die gingen zumindest in Dark Souls. Meine Fresse, ey. Boah, jetzt habe ich den schon wieder an den Backen. Ich würde mit dem gerne... Ja. Genau. Ich würde mit dem gerne mal aus diesen engen Gängen raus. Genau so. Alter. Alter. Ja. 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 Ja, da weicht der natürlich aus. Wie soll ich den denn von hinten treffen? Ja, das ist ein paar. Na super Das wird ein langer Kampf Oder auch nicht Du Arschler Nein Boah Letzter Trank Nein Boah Fuck you Alter Schwede Da gehe ich jetzt Ich gehe da kein Risiko mehr ein Das mache ich nicht normal Meine Fresse ey Ich gehe da Ich gehe ja Aber ich glaube, zwölf Punkte werde ich trotzdem in den Glauben tun. Es ist schon schwer. Also kann man nicht anders sagen. Es ist schon schwer. Also es steht, glaube ich, einem Dark Souls in nichts nach. Ich hätte nicht gedacht. Am Anfang dachte ich, das wäre um einiges leichter. Aber ist es nicht. Absolut nicht. Obwohl doch, dass ich jetzt meine Flakons wieder aufladen kann. Und die Gegner sind nicht wieder da. Das ist einfacher. So, da war ich auch noch nicht drin. Oh, da gibt es einen Hebel. Oh nein. Ich bin so... Ich vollpfosten. Da gibt es einen Shortcut. Nein. Und ich bin da die ganze Zeit dran vorbeigelaufen. Prickelnd. Prickelnd. Sehr prickelnd. Doppelhorn-Schild. Das muss ich mir mal angucken. Alter. Sieht das geil aus. Aber wird nicht angelegt. Oh, ein Herausforderungsding. Ich soll immer noch das Tor zerstören. Hätte ich das gar nicht machen müssen, was ich gerade gemacht habe. Ach, ernsthaft jetzt? Das war jetzt ein Durchgang von... Ne, doch nicht. Da geht es auch noch rein. Da bin ich da hergekommen. Ne, da bin ich hergekommen. Okay. Ah, das heißt, hier auf der anderen Seite muss irgendwo noch ein Aufgang sein oder sowas. Was liegt denn da? Hat da was geblinkt? Ne, ist nichts. Was liegt da denn noch? Leere Flasche. Trank. Wieso habe ich denn trotzdem nur drei? Ne, vier. Okay. So, aber jetzt muss ich mich hier nochmal umgucken. Da muss es doch noch irgendwas anderes geben. Okay. Gibt es auch. Ich habe nichts gesagt. Oh nein. Ach. Das ist hier dann Dreh- und Angelpunkt, ja? Wie der mir auf den Sack geht. Schlüssel benutzt. Ach, ich habe jetzt Schlüssel. Okidoki. Öffnen. Golde Tafel. Questgegenstand. Prickelnd. Was haben wir da? List. Beinrüstung. Attributspunkt. Splitter. Splitter. Was hatten wir da? Magie, Feuer, bla. Wieso ist das schlechter? Wieso ist das besser? Das ist das sogar leichter. Was ist das jetzt? Ich kann hier... Ne, da bin ich hergekommen, ne? Was ist das jetzt? Ich kann hier jetzt alle Türen öffnen, oder was? Das heißt ja auch, ich muss alle Gegner nochmal besiegen. Ach, komm schon. Stehst du, dass Luffy um die Ecke war? Meinst du, du bist jetzt der Held? Ja. Trink mal deinen Trank. Ich trink meinen. Ja. Schlong. Aus den Latschen gekloppt. Auch aus den Latschen gekloppt. Ach, siehst du mal. Da ist ein Durchgang. Genau. Was haben wir hier noch so? Oben gab es nur die eine Tür, ne? Das heißt, ich kann hier jetzt mal rüber gehen und gucken, welche Tür ich da noch öffnen kann. Ach so. Moment, kann ich dich auch öffnen? Die Trühe ist immer noch verschlossen. Komm, geh mir nicht auf den Sack. Komm her. Ich klopp dich so aus den Latschen, mein Freund. Ja, los. Schick. Schick. Oder so, ne? So geht das dann auch, wenn man mal Probleme mit Bogenschützen hat. Oh, der ist schon wieder. Ja, komm doch. Komm doch. Komm doch. Klatsch. Und weg. Magie-Splitter. Splitter. Sind da noch mehr? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube, da sind noch welche, ne? Außer ihm da. Kann mich natürlich auch täuschen. Bleib bitte stehen. Nein, bleib stehen, bleib stehen. Ach, komm. Da hat er den Luftzug an der Speckfalte gemerkt. Genau. Klatsch. Ach, komm. Geh mir nicht auf den... Zeig sich. Flatsch. So, jetzt muss ich mal gucken Wo ist denn hier noch der Ne, der nicht Es gibt hier irgendwo dann noch diesen Eingang Neben der Treppe Wo auch noch einer von diesen Scheiß Gegnern sitzt Ne, war das auf der anderen Seite? Okay, dann muss ich hier mal oben gucken Sind da denn auch noch Gegner? Ich weiß das gar nicht mehr Aber ich glaube hier oben habe ich alles gefunden, ne? Ja, hier oben habe ich schon alles Ne, dann muss ich da unten Ja, oh Muss ich wohl da unten lang Dann muss ich da unten lang Ne, das musst du Oh, hier unten, da muss doch noch Treppenaufgang sein Und daneben ist dann diese Tür Dann da Oh, ich denke aber, was ist da da? Mein Bein, das ist aber meine Katze Mann Jetzt Alter, die Klappe Die Tür ist verarschen Willst du mich verarschen? Wieso ist die Kacktür verschlossen? Was soll ich denn jetzt hier machen? Was ist denn noch alles? Oh Wieso sind denn da jetzt? Ich raff's nicht Ich glaube, ich bin da zu blöd für Jetzt hier oben gibt's ja wieder den Durchgang Ne? Ja Aber warum? Was soll ich denn? Wieso kann ich denn Von einer Seite zu Was soll das? Da hat doch keiner was von So, da Hab ich jetzt Moment Hä? Ja doch Da bin ich von oben runter Kommt hier lang Da lang Bis hier Da ist nix Oder kann ich jetzt das Tor zerstören? Dann hab ich's jetzt verpeilt Ne Ich hab keine Ahnung So Aber An dieser Stelle werde ich speichern Dü 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 Oh Das ist ja auch schon Entschuldigung CH11 Aber Einmal mit Profis Ich hab ja gesagt Wir verlosen heute noch was Und zwar Gucken ob das überhaupt Einer haben will Was hab ich denn hier noch? Divekick Frozen Cortex Frozen Synapse Grim Fandango Hab ich ja schon verlost Bejeweled Also wer Bejeweled 3 haben will Als Steam Key Der kann jetzt drauf mitwürfeln Muss nur eben den Bot starten Was ist das denn? Wie ist denn das zugeschnitten? Schwupps Unterzaubert er Wenn man diese Taschenspieler Tricks Unglaublich Ne Unglaublich So Ach der ist ja noch nicht mal Moment Keyword ist Ausrufzeichen Rock Wenn jemand Bejeweled Haben will Dann könnt ihr das jetzt eingeben Ich bin mal gespannt Ob überhaupt jemand mitwürfelt Es ist ja so leer heute Heißt ja Gibt es hier schon was zu gewinnen Und keiner will was haben Jo Taui Boah ich habe in den letzten Tagen So viel Zwiebeln gegessen Ihr wollt nicht neben mir sitzen Das ist ja neben mir feierlich Ich kann mich selber schon gar nicht mehr riechen Hehehe Nein Spaß Ah wie geil Guten Abend erstmal Das sagt er den ganzen Abend nichts Ne Dave Unglaublich Dann will ich davon aber auch ein Let's Play sehen Alles klar Ob da kein anderer mitmachen möchte Taui Herzlichen Glückwunsch Ist das geil Oh Bati Kim Oh Moment mal Wir machen das nochmal neu So kommen Ihr müsst mal Ihr müsst noch einmal Noch einmal Ausrufezeichen Rock eingeben Alle 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 drei Mensch haben wir jetzt der Chat Aktivitäten Jenseits von Gut und Böse Oder fühlt ihr euch jetzt verarscht Los Dave Deine Chance Soll ich auch mal mitmachen Alle Und jetzt alle drei zusammen Dave Du hast das gewonnen Ganz sicher mit Taui drum prügeln Herzlichen Glückwunsch Ich schicke dir das per Whisper Herzlichen Glückwunsch Soll der ModBot wieder geschlossen werden Schiebung Ja komm herr Ja komm her Taui Keine Ahnung was das ist Keine Ahnung was das ist Viel Spaß damit Oh Okay ich seh Okay ich seh euch gerade nicht Irgendwie hat der mich aus meinem Twitch Kanal Geschmissen Jetzt bin ich wieder da Ja liebe Leute Ich wünsche euch an dieser Stelle Aber eine gute Nacht Ich gebe Ich gepennen Eigentlich hatte ich vor Morgen früh wieder da zu sein Aber boah Müsste ich aber eigentlich schaffen Mal gucken Und dann morgen früh wieder wie gewohnt mit Harvest Valley Oder so Mal gucken Also ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Nacht Kommt gut zu liegen Und würde ich sagen bis morgen Du hast nichts Jetzt aber doch Doppelt Sogar Und noch Bartikim Gute Nacht Dave gut nach Taui gut nach Und auch Wer sonst also zuguckt Ne Haut euch hin Bis dann Bis morgen Tschüss